Es kann nichts besser sein, außer so einen gespinnten Römer beim Römer Express von Talstation hoch, mit so einem alten schönen Schinken, ein 305er. Und ich weiß auf jeden Fall schon, dass sämtliche Heizungen den Dienst aufgeben werden. So, Abfahrt ist 9.55 Uhr, deswegen werden wir auch mal direkt vorspulen auf 9.53 Uhr. Das wurde nämlich gewünscht. Boah, Digga, willst du mich veräppeln? Ich will Schnee. Hauksi, mach keine Faxen hier. Ich bin der Master. Ja, ich glaub, ich glaub, wo man, wenn man bei Auxi auf Wetter klickt, dann spinnt um sie so dermaßen rum und macht trotzdem wieder auf Standard zurück. So, ich fahr zum ersten Mal den Gletscher Express, also ich hab, wie gesagt... So, du fliegst nicht näher bei den Bergen runter. Naja, 8. Ja, ich kenn die Map, deswegen... Gleich haben wir keinen Luftdruck mehr. Ich lieb die, also... Ich weiß nicht, da gab es mal einen Modder, der hat den mit einem Mercedes draus gemacht? Weil das sah ja hinten komplett auch noch anders aus, ne? Ja, ich glaub schon, ja. Probier mal im Schnee das... Ja, ich hoffe, dass er das gleich macht. Ach komm, wir fahren noch eine Rücktour. Ach komm, wir fahren noch eine Rücktour. Oh, scheiße. Jawohl. Erste... Man, schon geblitzt, ey. Ja, das stimmt. Ich drück gerade Knallgas. Ja, jetzt machst du auch, dass du nicht rutscht. Wie gesagt, das macht dein Bus, äh... Fuiiii... Brrrr... Das pflichtet euch die Omsi-Map. Ah, 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 ah. Hm. Man müsste mal mit dem... Äh, von Hull, aber hochfahren. Oh, sagst du, das wär auch was mit dem, äh... Doppelt-Gelenkbus hochfahren. Aber nur den anderen Weg, äh, andersherum halt, ne? Runter. Hahaha. Das wär... Alter. Nicht so nah an die... an die, äh, felsen fahren. Sonst bleibt man stecken oder hängen. Ehrlich? Mal testen mal was. Also, wir rutschen auf jeden Fall. Hat einen Bremse-Test bestanden. Höhlt sich an wie der Witz, den wir vorhin immer gemacht haben, ne? Nicola, risik. Ja. 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 Ja, Kalle weiß, wie er die Speierne, ja. Also, du steiger da vorne. Hahaha. Also. Also. Achso, ich hab die Haltestelle-Bremse noch drin gehabt. Ja, also, kann man gut fahren, ne? Hahaha. Ja. Hä, ist voll rot, gell, ich weiß. Die Scheiße, auf Arampe. Guten Morgen. Ops. Hallo. Guten Morgen. Der rollt, der rollt ja einfach weit noch. Ich bin noch, wenn sie es morgen. Höh, nix erfrieren. Ihr seid meine Dummies, ihr Einsteiger. Genau. Gott, ich bin lange nicht mehr so chaotisch gefahren, aber okay, passt. Aber chaotische Folgen, absolut geil. Hey, Rona zu, ist aber auf jeden Fall mit dem Gelenkbus. Und dann schnell runter, oder was? Weiß ich nur, jetzt schau mal dann. Äh, oh scheiße. Ehrlich, jetzt? Ja. 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 Jetzt fängt, jetzt fängt erster Spaß an. Ja. Einmal zu viel Gas und das war's. Moin, Tami. Kommt der wohl hoch? Ähm, nö, ich komm nicht hoch. Ha, 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 ha! Hm, nicht mal im ersten Gang. Ah Mehm 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 Liebe Fahrgäste Diese Fahrt ältetür Oha Ich glaube du hängst Was ist das denn? Ist das so? Jetzt mitten sich die Frage zu denken. Geil! Ja, wir sagen mal, ich werde es fahren. Hieb, hieb, hieb. Wami schutzen dich mit einer Rakete an. Oder mit einem Düsen-Shit. Ach nee. Oder am besten mit so einem Turbo. Wir fahren auf der Stelle. Es gibt voll Metallgas. Scheiß Ding, war das ein ASA da? Mit dem Tassys. Okay. Mission. Scheitern. Nein! Hahaha. Geil. Äh, warte mal. Jo, jetzt gibt's doch doch ganz wie so ein Conado, ey. Da kommst du aber auch nicht trotzdem hoch, ne? Nein. Was hast du gesagt, was soll ich denn ganz rechts fahren? Ja, was haben sie denn gedacht? Ich hab ja einen dritten, der Schubi hat einen siebten. Ah, scharf. Krass, ey. Und jetzt steht immer das vor und dann runter halt mit dem Schnee. Oh ja, und das mit dem Gelenke, ey, auf jeden Fall. Also ich bedenkte, der Bus fliegt durch die Map. Also zumindestens, also das Gelenk, äh, bedickt dich, ist in den nächsten Berg rein getonnert. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, da kommst du dann. Ja, da kommst du dann. Wäst du dann. Und wenn da noch ein K.E. Busker gehen kommt, gut. Oh, Streugut. Streugut. Ach, wir haben es geschafft, sind wir oben. Können Sie mal bitte anders fahren? Ich glaube, noch nicht ganz. Anders fahren kann ich. Also mit der Handbremse reingekaufen. Das glaube ich nicht schon mal gemacht. Der kommt nicht vorwärts. Der kommt nicht vorwärts. Der kommt nicht vorwärts. Der Gletscher, I see you. Okay, jetzt machen wir um sie wahnsinnig. Okay. Das ist wie immer. Ah, du bist oben angekommen. Okay. Oh. Wow. Okay. Ich glaube doch nicht ganz. Ich glaube doch nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ha 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 ha. echt also ich glaube hier können wir einen guten Donau drehen oder okay ich hab's versucht hey voll rechts eingeschwenkt ich kam nicht durch ich kam nicht durch mein gott Schatz mach mir keine Lust auf Donut auf den Donut für die Donbischmo, für die Donbischmo, ich trin hier mal einen Donutmo hoppala lebt ihr da hinten noch? schön ha 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 die Fahrt schon dort zum Gletscherexpress das gesponsert von Schocki der Donut der Donut drehen egal ja ja das war ja 5000 K für so einen Donut Donut Gletscher der Donut ich hab aber mit dem Schock von Wohl einen Zweier ähm Donut gemacht ne das geht nicht 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 das geht nicht nicht sondern das Oh, wie er duckt. Shut up. Shut up. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Schade, ich wollte noch einen Donut drehen. Aber wer hat es eh mir jetzt gepasst? Na. Anson. Ach so. Handbremse drin Wir haben die Handbremse rückwärts fahren, das ist gut Hab ich mal gehört Einmal wenn du so ne alte Handbremse da hast, ne? Bittel Streugut mitnehmen Das Video kommt auf jeden Fall mal raus Und wir rutschen Der Kletcher ist schwer, das kann man sagen, Kletcherbahn Festhalten Oh 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 Die Bahn ist angekommen Schön auch dahin gestreckt Zu früh Oh 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 Oh